Herzlich Willkommen bei Slevenstream Sport. Wir spielen wieder Tennis Manager. Wir befinden uns bereits in Kalenderwoche 19, haben die Woche 18 gerade hinter uns gebracht und da möchte ich euch natürlich über die aktuellsten Entwicklungen informieren. Hier haben wir erst mal die Trainingsberichte von dieser Woche. Wie gesagt ist jetzt bei beiden ein bisschen höher als es sonst der Fall war, weil beide keine Turniere gespielt haben. Deshalb also viel Zeit auf dem Trainingsplatz verbracht haben. Dann gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Zum einen wurde die Registrierung von Rudi Möllecker für Roland Garros, das sind die French Open, abgelehnt. Also leider darf Rudi Möllecker nicht an den French Open teilnehmen. Das ist sehr sehr schade, aber die gute Nachricht und die sehr sehr überraschende Nachricht ist, dass Anja Wildgruber eingeladen wurde für die French Open. Das heißt, unsere Anmeldung wurde akzeptiert. Sie wird dort die Qualifikation spielen, nehme ich mal an. Da bin ich echt gespannt, wie das läuft. Der Unterschied ist natürlich, wir haben unsere Anja Wildgruber für die Quali angemeldet und Rudi Möllecker wollten wir für das Hauptfeld direkt anmelden. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Wir hätten auch Rudi Möllecker für die Quali anmelden müssen. Das haben wir nicht getan. Der wöchentliche Teambericht zeigt uns, dass es sehr sehr gut aussieht bei unseren beiden Spielern. Beide sind in Bestform. Beide haben die Moral freudenstrahlend und die Form ist bei Rudi Möllecker herausragend und bei Anja Wildgruber immerhin gut. Das wollen wir jetzt ändern, denn wir werden in der Woche 19 mit Anja Wildgruber die Rome Masters verfolgen und der Rudi Möllecker spielt ja in Frankreich bei einem eher kleinen Turnier. Das lassen wir unsere Co-Trainer sozusagen erledigen. Ebenfalls eine gute Nachricht ist, dass der Ausbau des Jugend- und Scoutingzentrums abgeschlossen ist. Da schauen wir uns doch gleich mal an, was das für Folgen hat. Stufe 2 haben wir erreicht. Basisunterstützungsstrukturen. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Scout-Slot mehr freigeschaltet. Das haben wir jetzt einfach mal investiert. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal auszahlt. Geld haben wir ja nicht mehr so viel. Ansonsten würden wir dann im nächsten Jahr wahrscheinlich das Business Center nochmal ausbauen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir gehen jetzt direkt rein in die Rome Masters. Da spielen wir natürlich die Quali. Spielen gegen die Italienerin Bronzetti, die eine Wildcard für die Quali bekommen hat. Die ist die Nummer 274 der Welt. Wir sind die 373 der Welt. Es wäre so unglaublich viel wert, wenn wir hier in die dritte Quali-Runde kommen würden und die gewinnen würden. Also wir müssen eins, zwei, drei Matches gewinnen. Dann wären wir im Hauptfeld der Rome Masters, was für Anja Wildgruber wahrscheinlich der größte Erfolg der Karriere wäre. Oder was heißt wahrscheinlich, es wäre der größte Erfolg ihrer Karriere. Das ist ein Sandplatz-Turnier, wo es 900 Punkte in der WTA-Rangliste gibt und ein Preisgeld von 214.000 Euro. Also hier jetzt drei Matches gewinnen und Anja Wildgruber würde von diesem Preisgeld schon einen kleinen Teil bekommen. Das wäre wirklich enorm viel wert für uns. Unsere Gegnerin, Lucia Bronzetti ist nur in der Form gut. Das kommt uns schon mal zugute. Hat auf Sand eine 50-50-Statistik, ist eine Topspin-Grundlinien-Spielerin. Mit der müssen wir es also jetzt aufnehmen. Anja ist natürlich Außenseiterin. Das ist klar, bei so einem Turnier werden wir wohl nie als Favoritin ins Rennen gehen. Aber schauen wir mal rein. Wir gehen direkt in die Partie. Ich hole euch dazu, wenn es spannend wird. Die schwache Form der Gegnerin ist für uns deutlich zu erkennen. Wir dominieren den ersten Satz, bestehen aber jetzt natürlich trotzdem unter Druck bei eigenem Aufschlag und Einstand. Vorteil jetzt für Bronzetti. Also Breakball, Second Surf für uns. Das wird schwierig, den abzuwehren. Aber grundsätzlich haben wir gute Chancen, diesen ersten Satz zu gewinnen. Schön, jetzt dominiert Anja Wildgrube wieder den Ballwechsel. Muss aufpassen, macht aber den Punkt. Der Erste kommt gerade nicht so gut. Das ist schwierig. Was für ein Return. Jetzt kommt der Erste. Schon haben wir das Ass. Wieder Einstand. Jetzt holen wir uns doch mal bitte einen Satzball hier an, ja? Ja, das sieht gut aus. Das ist der Satzball. Möglichkeit zum 6 zu 3. Das wäre schon mal der erste Schritt Richtung Hauptrunde. So ist es. Also wir haben zu viele Fehler gemacht. Ich habe das schon gesehen. Aber unterm Strich läuft das eigentlich ganz gut und ich glaube wirklich, dass wir die Partie hier gewinnen können. Ja, leider läuft der zweite Satz deutlich weniger gut, als es im ersten der Fall war. Wir liegen 5-1 hinten und die Italienerin hat auch noch Aufschlag. Also gar kein guter Satz von uns. Es wird wohl auf einen entscheidenden dritten Satz hinauslaufen, auch wenn wir hier jetzt nochmal Breakball haben. Glaube ich nicht, dass wir da nochmal rankommen. Die Italienerin spielt jetzt auch einfach unglaublich stark. Habt ihr gesehen, wie sie den Ball hier der Longline an die Linie geklatscht hat? Dürfte schwierig werden, im dritten Satz nochmal zurückzukommen. Da ist, glaube ich, Anja Willkrube jetzt schon ziemlich deprimiert. Müssen vielleicht auch mal einfach mit ihr sprechen am Ende des Satzes. Das dürfte jetzt dann gleich der Fall sein. Einfach um vielleicht nochmal ein bisschen auf sie einwirken zu können. Anja Willkrube ist sehr motiviert. Komm schon weiter, so du schaffst das. Sei aber nicht zu locker. Manchmal ist das einfach nicht angebracht. Bleib konzentriert und versuche es nicht zu kompliziert zu machen. Zeig deine Gefühle. Spiel auf Zeit. Das sind teilweise Quatschantworten. Ich würde eigentlich sagen, bleib konzentriert und versuche nicht zu kompliziert zu spielen. Anja Willkrube reagiert nicht auf meine Ansprache. Das haben wir jetzt eigentlich dauernd. Ja, 5-2 für die Italienerin. Sie hat der Aufschlag. Das Spiel ist aus. Wir verlieren mit 6-1, 6-2, obwohl wir den ersten Satz mit 6-3 gewonnen haben. Schade, schade, Anja Willkrube. Da wäre mehr drin gewesen. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, trotz des Ausscheidens direkt in der ersten Quali-Runde hat Anja Willkrube satte 5.219 für die Academy eingenommen. Das ist Wahnsinn. Stellt euch mal vor, wir hätten da die Quali gewonnen und wären weitergegangen in die erste, zweite Runde. Dann klingelt es in der Kasse richtig. Aber es ist jetzt wie es ist. Statt Geld zu verdienen in Rom, müssen wir jetzt zu Hause bei uns in Deutschland wieder auf den Trainingsplatz. Da gibt es jetzt erstmal ein bisschen Grundlinientraining. Aber hier müssen wir dann direkt weitermachen. Wir hauen wieder den Aufschlag rein. Samstags ebenfalls den Aufschlag. Und Sonntag braucht sie auch keinen ganzen Tag Ruhe. Da hauen wir nochmal den Aufschlag rein. Einfach, dass sie hier jetzt nochmal ein bisschen lernen. Ich habe es gesagt, Aufschlag ist für mich die höchste Priorität. Wie sieht es bei Herrn Mollecker aus? Der spielt ja auch ein Turnier. Da müssen wir dann mal schauen, wie weit er kommt. Wir werden jetzt ihn nicht übernehmen, sondern wir werden das jetzt schon unsere Co-Trainerin machen lassen. Die Woche kümmern wir uns nur um Anja Willkruber und schreiten jetzt weiter voran. Leider hat sich unser Rudi Mollecker in Frankreich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Er ist direkt in der ersten Runde rausgeflogen gegen Martin Klischan. Kann aber passieren. Das war durchaus ein gut besetztes Turnier. 425 Euro hat er uns eingebracht. Das ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Interessant auch, wir haben unsere ersten Scouting-Ergebnisse erhalten. Und zwar Stenzer, Barzukow und Dams wurden jetzt zum Teil gescoutet, nämlich zu 50%. Und alle haben ein Potenzial von 1,5 Sternen, was für uns natürlich viel zu wenig ist. Darauf werden wir jetzt natürlich sofort reagieren. Wir löschen hier mal die E-Mails raus, weil wir die schon erledigt haben. Gehen jetzt auf Suche unter Akademien, nein, unter Spieler, da waren wir gerade schon. Und dann sehen wir hier die laufenden Bewertungen. Das sind die drei. Bis sie fertig gescoutet sind, wir sehen es hier aktuell 52%, dauert es noch 116 beziehungsweise 119 Tage. Das ist uns natürlich zu lange. Da möchte ich eigentlich das Scouting jetzt beenden. Denn zwei Sterne, das reicht uns einfach nicht. Egal, was wir da jetzt noch rausfinden. Da wollen wir lieber die anderen zehn Spieler in der Warteschlange jetzt noch scouten. Die Frage ist, verschiebe ich die jetzt nach unten in der Priorität? Dams, was passiert dann, wenn ich da klicke? Wissen wir nicht. Ah, ich kann hier wechseln, alles klar. Dann tauschen wir mal Dams mit Cool. Genau. Dann tauschen wir Bajukov mit ihm hier, Georg. Und wir tauschen Stenzer mit Muratovic. So, da haben wir drei neue Leute. Eine Frau, zwei Frauen und ein Kerl. Schauen wir mal, ob die talentierter sind. Da brauchen wir jetzt wahrscheinlich wieder 116 Tage, bis wir wissen, wie viel Talent sie haben. Aktuell, wie gesagt, wissen wir gar nichts. Da stehen einfach nur Fragezeichen. Mein Ziel ist es schon, dass wir so ein 15-, 16-, 17-jähriges Mädchen oder einen Jungen finden, der unsere Akademie für die Zukunft ein bisschen stärkt, wo wir ein bisschen Jugendturniere jetzt auch spielen können. Nicht nur ATP und WTA-Turniere. Also nicht Ü20-Spieler, sondern eben Junge. Deswegen haben wir ein gewisses Talent haben. Und das ist bis jetzt bei denen, die wir gescoutet haben, nicht der Fall. Für nächste Saison müssen wir da auf jeden Fall jemanden finden. Dann gibt es die nächste Nachricht. Unser Captain oder, nein, das ist sogar Anja Wildgruber. Also unsere Spielerin macht sich Sorgen um die Turniere auf Rasen, weil die Rasensaison bald beginnt und wir da noch nicht trainiert haben. Das stimmt, das müssen wir ändern. Aber bei Anja Wildgruber machen wir das natürlich noch nicht, weil sie ja nächste Woche, also diese Woche hat sie noch frei in der KW20, aber in der KW21 spielt sie in Frankreich, in Paris, die French Open, also Roland Garros. Und das ist natürlich Sand. Und da werden wir jetzt nicht Rasen trainieren, das machen wir danach. Anders ist es bei Rudi Mollecker, der hat jetzt glaube ich ein, zwei Wochen frei, spielt dann nochmal auf Sand in Karlsruhe, ein eher kleineres Turnier. Und dann geht es für ihn schon los mit der Rasensaison. Deswegen werden wir bei ihm auf jeden Fall jetzt anfangen, den Rasenbelag ein bisschen zu trainieren. Ich habe das noch nicht gemacht. Das werden wir jetzt aber gleich mal versuchen. Wir gehen auf Rudi Mollecker, auf Training und werden dann in dieser Woche, wobei er diese Woche spielt, er spielt diese Woche. Wie sieht es mit nächster Woche aus? Da spielt er nicht und übernächster, glaube ich, spielt er dann irgendwann wieder. Also dann machen wir jetzt mal die nächste Woche und bauen da ein bisschen Rasentraining ein. Da haben wir Outdoor. Ah, okay. Das Problem ist, dass wir Rasen nicht trainieren können, weil unsere Sportzentrumsstufe das nicht hat. Also wir können gar nicht auf Rasen trainieren. Die Frage ist natürlich, gibt es irgendeine Strategie, die man machen kann auf Rasen? Das scheint alles nicht möglich zu sein. Okay. Dann hat sich das ja schon erledigt. Nee, gibt es nicht. Okay. Ja, das macht Sinn. Wir sind eine kleine Akademie. Wir haben nur einen Trainingsplatz sozusagen. Da können wir halt nicht alle Beläge haben. Okay. Gut, hat sich das erledigt. Wir blicken jetzt nochmal in den Posteingang, schauen die letzten E-Mails durch. Trainingsbericht ist höher hier prozentual als erwartet. Vor allem der Aufschlag hier natürlich bei unserer Spielerin Andrea Wildgrube. Da haben wir drei Einheiten reingeplastert. Da wollen wir schnellstmöglich auf elf kommen. Hier hat sie jetzt einen zugelegt, einen Punkt bei der Fußarbeit. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, da sie beide nur ein Spiel gehabt haben, haben sie viel Zeit zum Trainieren gehabt. Also, wer die Spiele verliert, muss auf den Trainingsplatz kommen. Ganz einfach. So, Karlsruhe wurde akzeptiert. Das habe ich euch schon erzählt. Das ist nochmal ein Sandplatz-Turnier, bevor es dann auf Rasen geht. Jetzt schauen wir trotzdem nochmal, wo es für die Spieler hingeht in dieser Woche. Anja Wildgruber, da sind wir jetzt wieder in KW1. Das macht natürlich keinen Sinn. Wir wollen zu KW20. Ich glaube, dass sie nicht spielt. Genau. Sie spielt in der KW1 die Quali Roland Garros. Das heißt, wir bauen jetzt für sie in dieser Woche ein schönes Trainingsplänchen zusammen, wo sie sich gut erholt, wo sie dann richtig fit zum Match nach Frankreich reisen kann. Rudi Mollecker spielt in Heilbronn diese Woche. Ein eher mittelmäßig wichtiges Turnier. Wir schauen uns mal den Spielplan gleich an. Die Woche darauf hat er frei. Dann hat er wieder frei. Dann spielen wir nochmal in Karlsruhe. Und dann kommt hoffentlich der Mercedes Cup, da sind wir noch nicht sicher, auf Rasen. Auf jeden Fall kommt dann die Rasensaison. Das heißt, wir würden eigentlich gerne Rasen trainieren. Können wir aber nicht, weil wir den Belag nicht haben. So, Heilbronn Open nehmen wir teil. Ist kein riesiges Turnier. Ich weiß nicht, ob wir das spielen. Ich würde sagen, nur wenn er ins Finale kommt, spielen wir das. Ansonsten sparen wir uns das und lassen das unsere Co-Trainerin machen. In der ersten Runde geht es für ihn gegen Lorenzo Giustino aus Italien machbar. Danach wird es den an Nummer 5 gesetzten Kowalik an den Kragen gehen. Scheint eine machbare Geschichte zu sein, würde ich mal sagen. Ja, das simulieren wir jetzt durch bis zum Finale. Wir gehen jetzt bloß nochmal rein und machen bei Anja Willkruber das Training, dass sie sich ja erholen kann. Also ich würde sagen, schneller Netzangriff, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich würde eher sagen, wir machen da wieder die Grundlagen. Lieber so eine angreifende Vorhand hauen wir da rein. Rückhand Slice können wir gebrauchen. Winner Rückschlag ist gut. Die Nebenstrategie trainieren wir nicht. Dafür nehmen wir lieber den kraftvollen Aufschlag wieder mit rein. Unterkörpertraining ist gut, Abweichung ist gut und Sonntagruhe ist gut. Dann haben wir hier ein mittelmäßiges Trainingspensum. Schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar noch was reinkriegen, was wenig Intensität hat. Vielleicht ein Stopperl. Das wäre auf Sand durchaus wichtig. Ja, den kriegen wir auch noch rein. Das ist in Ordnung. Das ist das Trainingsprogramm für Anja Wildgrüber diese Woche. Ich hoffe doch, dass sie hier körperliche Verfassung ist ganz okay. Wobei ich dann fast noch Ne, dann gehen wir auf Nummer sicher und nehmen den kraftvollen Aufschlag raus. Ich will nämlich schon, dass sie da auf 100% steht, wenn es zu den French Open geht. Und nehmen wir lieber noch was harmloseres mit rein. Oberkörpertraining statt den Aufschlag. Ich glaube, das bringt uns mehr. Ja, machen wir es so. Das ist das Trainingspensum diese Woche. Und jetzt schreiten wir weiter voran und schauen mal, wie weit unser Rudi Mollecker in Heilbronn kommt. Rudi Mollecker hat es in Heilbronn immerhin bis ins Viertelfinale geschafft. Uns damit 600 Euro eingebracht. Schauen wir mal, gegen wen er rausgeflogen ist und wen er selbst rausgeschmissen hat. Da müssen wir natürlich den Namen wechseln und zur KW20 navigieren. Die haben wir hier, Heilbronn. Wird schon gerne mal wieder ein Turnier gewinnen mit ihm. Haben wir ja schon mal gemacht. Schon dreimal, glaube ich. Also, wir haben Kowalik geschlagen. Wir haben Pereira Silva geschlagen. und sind dann gegen den an zwei gesetzten Diere rausgeflogen. 6-3-7-6. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Damit können wir leben. Das ist nicht so schlecht. Hätten es fast ins Halbfinale geschafft. Das sind gute Spieler am Start. Also, das ist in Ordnung. Immer mal so ins Viertelfinale kommen. Ein paar Pünktchen sammeln vielleicht. Damit können wir zufrieden sein. Aber jetzt kommt wirklich das große Highlight. Das größte Highlight natürlich bislang, das wir in diesem Save überhaupt hatten. Denn es geht zum ersten Grand Slam Turnier mit Anja Wildgruber. Sehr überraschend, dass es sie sein wird zur Quali nach Paris zu den French Open. Und da schauen wir uns natürlich das erste Quali-Spiel gleich an. Zuerst noch den Trainingsbericht. Mollecker hat nicht so viel zugelegt. Hat ja ein paar Spiele gehabt. Wildgruber hat zugelegt. Ich hoffe, dass sie sich ein bisschen erholt hat. So, Trainings Turnierregisterung zur Rasensaison. Sagt er hier, was er haben möchte. Das sind die wichtigsten Turniere. Die schauen wir uns dann noch an. Ja gut, Sand gehört da natürlich nicht in die Liste rein. Zeitraum Rasensaison. Uns wird kein einziges Rasenturnier. Okay. Naja, wir kümmern uns da selber drum. Also das ist eine E-Mail, die wir natürlich einfach ignorieren. Wir kümmern uns ja schon die ganze Zeit selbst um die Turnierregistrierungen. Weil wir da natürlich den Finger schon drauf haben wollen. So, jetzt geht's nach Roland Garros, Leute. Ich hab richtig Bock. Richtig, richtig, richtig Bock. So, Molleke hält eine Wildcard für die Nottingham Open. Das ist nicht so schlecht. Das ist Rasen. Ich würde sagen, das nehmen wir an. Da können wir uns dann schön einspielen. Aber bei Mercedes Cup darf er nicht teilnehmen. Das ist wieder schade. Was wäre das gewesen? 14.06. bis 20.06. Ja, stattdessen spielen wir jetzt hier. Deswegen kommt auch diese Einladung rein. Hätten natürlich lieber hier mitgespielt. Hätten es deutlich mehr Punkte und Geld gegeben. Und es wäre halt in Deutschland gewesen. Schade, dass sie uns da nicht mitspielen lassen. Und ebenfalls abgelehnt wurde die Einladung oder die Anmeldung für Anja Wildgruber für die Bowl Open in Kroatien. Ebenfalls gleiche Zeitraum. Schauen wir mal, ob es da Alternativmöglichkeiten für uns gibt. oder ob da jetzt überhaupt die Deadline schon geschlossen ist. Also wir sind jetzt hier bei Anja Wildgruber. Jetzt eh erstmal die Quali der French Open spielt. Dann kommen ja die French Open. Hier ist sie dann nicht genommen worden. Das heißt, dann wären wir hier mit dabei. Die Mallorca Open wollen wir uns dann gönnen. Das ist dann eben die Rasensaison. Genau. Wimbledon versuchen wir einfach mal. Genau, das ist dann die Rasensaison. Also das haben wir dann nach dem French Open direkt auf Rasen. Bei Rudi Mollecker müssen wir uns das mal anschauen, was wir hier jetzt gemacht haben. KW 21 sind wir gerade. Da ist spielfrei. KW 22 ist spielfrei. Und KW 23 spielt er in Karlsruhe ein ganz kleines Turnier. Das sollten wir dann aber mal schauen, dass wir das gewinnen können. Und dann versuchen wir auf Rasen, genau. Nottingham Open sind wir jetzt eingeladen worden. Und dann versuchen wir hier in Deutschland wieder auf Rasen zu spielen. Und dann natürlich auch eventuell bei Wimbledon teilzunehmen. Wobei wir uns hier angemeldet haben. Wieso versuchen wir nicht uns bei Wimbledon zur Quali anzumelden? Lass uns doch lieber das machen. Dafür müssen wir uns hier aber abmelden. Ah ja, wir haben schon wieder versucht ihn direkt bei Wimbledon anzumelden. Das machen wir nicht. Wir melden ihn natürlich zur Quali bei Wimbledon an. Das haben wir vorher ja bei dem French Open falsch gemacht. Deswegen spielt er nicht mit. Also die müssen natürlich beide Quali spielen. Das ist ja ganz klar. Okay, das ist der Plan. Also jetzt French Open mit Anja Wildgruber. Und wenn es richtig geil läuft, dann noch Wimbledon mit den beiden. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber jetzt gehen wir direkt rein zur Partie von Anja Wildgruber. Schinikova heißt die Gegnerin in der ersten Quali-Runde. An 10 gesetzt in der Quali. Das ist natürlich Wahnsinn. Schaut euch mal diese Quali an. Da trifft man schon auf echt gute Spielerinnen. Schauen wir gleich mal, wer da an 2 gesetzt ist. Pauline Parmetier kennt man natürlich unter Tennisfreunden und an 1 gesetzt. Champs-Noran kenne ich nicht persönlich, aber wir spielen gegen die 10 149 der Welt. Ist für Anja Wildgruber natürlich eigentlich schon in Nummer zu groß, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es trotzdem schön Kohle gibt, auch wenn wir hier direkt rausfliegen. Wir geben unser Bestes. Schinikova ist in der Form schwach und auch Sand hat sie kein einziges Match dieses Jahr gewonnen. Das klingt doch gut. 2 Satzbälle für Schinikova. 5-4 für die Bulgarien. Wir haben einen Aufschlag. Es steht 15-40, jetzt 30-40. Der erste Aufschlag muss kommen. Er kommt nicht, aber wir sind im Ballwechsel. Schöner Slice, schöner langer Ball. Da wird der Ball verteilt. Genauso wollen wir das sehen. Oh, der ist zu gut. Satz ist weg. 6-4 für die Bulgarien, aber die gute Nachricht ist, wir können mithalten. Matchball Schinikova, eigener Aufschlag 5-3. Wieder ist es nur ein Break, aber am Ende ist das entscheidend. Es ist vorbei. 6-4, 6-3 für die Bulgarien. Anja Wildgruber kann direkt wieder heimfahren. Ich bin jetzt sehr gespannt, was uns diese Teilnahme gebracht hat. Wenigstens hat sie uns genau zugehört. Ja, 7500 Euro hat uns das gebracht. Also, einfach nur mitspielen, ohne dass man wirklich gewinnt. Das bringt manchmal schon einiges. Wir schauen uns jetzt mal an, ob das hier irgendwo aufgetaucht ist. Wahrscheinlich noch nicht, da müssen wir wahrscheinlich noch warten. hier sehen wir zum Beispiel die Roam Masters aber 0 Punkte gebracht. Hier, da haben wir einiges geholt an Punkten in Minst. Das war letztes Jahr, das waren wir nicht. Also, wir müssen schon langsam schauen, dass wir mal wieder Spiele gewinnen. Ich habe das Gefühl, mit Anja Wildgruber gewinnen wir zu wenig Spiele. Klar, wir nehmen an, guten Turnierenteil. Vielleicht müssen wir mal wieder eine Stufe zurückschalten. French Open also ist Geschichte. Wir können uns jetzt danach nicht mehr anmelden, das heißt, wir haben jetzt mit Anja Wildgruber Pause und spielen höchstens dann wieder in Woche 25, wenn ich das richtig sehe. Kurzer Überblick mit Molekka, um das nicht zu vergessen, da spielen wir jetzt die Heilbronn Open, das werden wir aber, ne, die haben wir gerade gespielt, wir spielen jetzt erstmal zwei Wochen nichts, dann kommt Karlsruhe und dann kommt Nottingham Open die 24. Woche, das wäre dann das erste, soweit werden wir auf jeden Fall jetzt voranschreiten, also schön das Training machen, hier jetzt noch eine Pressekonferenz, großartig geschlagen, ja, nein, das war schon in Ordnung, wir haben nur mit einem Break jeden Satz verloren, das ist schon in Ordnung gewesen, das war keine so schlechte Leistung, es ist halt auch einfach so, dass da nur richtig gute Spieler und Spielerinnen am Start stehen, schauen uns mal die aktuellen Ranglistenplätze an, Rudi Molekker ist auf 144, Anja Wildgruber auf 368, damit haben wir beide schon deutlich verbessert, richtig geil wäre halt, wenn wir Molekker dieses Jahr noch in die Top 100 kriegen würden und Wildgruber vielleicht in die Top 250, das ist noch ein ordentlicher Schritt, aber ich glaube, wir haben da eine Chance, jetzt wird erstmal trainiert ein paar Wochen und wir sehen uns wieder, wenn es wichtige News gibt oder ins nächste wichtige Turnier geht. Wir befinden uns am Ende der Kalenderwoche 23, wir gehen jetzt mal die E-Mails der letzten zwei Wochen durch und dann berichte ich euch von einem Finale, das wir gleich spielen werden, aber los geht's mit dem Trainingsbericht von Kalenderwoche 21, hier sehen wir vor allem wieder Aufschlagskraft trainiert bei unserem Spieler Rudi Mollecker, ebenfalls bei Anja Wildgruber, da haben wir auch ordentlich zugelegt, also beide verbessern sich da richtig stark, wir haben jetzt bei Mollecker schon eine 13, werden es dieses Jahr auf jeden Fall noch eine 14 schaffen, also aufschlagstechnisch wird das dann schon ein richtig guter Spieler sein. Die Registrierung für Mollecker für die Noventi Open wurde leider abgesagt, also da werden wir nicht teilnehmen, ebenfalls abgelehnt wurde die Teilnahme von Anja Wildgruber bei den Mallorca Open, das wären mal Turniere gewesen, wo es wieder ein bisschen um Preisgeld geht und wo wir eine Chance gehabt hätten. Dann haben wir den wöchentlichen Teambericht bekommen, wir verschlechtern uns natürlich ein bisschen in der Rangliste, weil wir keine Punkte dazu holen, aber die körperliche Verfassung, die Moral und die Form ist bei beiden wirklich sehr sehr gut. Dann kommen wir mal auf die monatliche Überprüfung der Akademieziele, denn hier sieht es richtig gut aus, also das Vertrauen des Vorstands ist in jedem Bereich hoch, finanztechnisch gesehen könnte es noch eng werden, das sehen wir hier auch gleich beim Überblick über die monatlichen Finanzen, wir haben einen Kontostand von 43.500 jetzt noch, da betrug er noch 78.000, wir verlieren halt jeden Monat richtig viel Geld, weil die Mitarbeiter so teuer sind. Für die Akademiegeschäfte kriegen wir 2.000 und Preisgelder haben wir jetzt 13.800 bekommen, das reicht natürlich hinten und vorne nicht, um die Kosten zu decken, wir werden also in 2-3 Monaten auf jeden Fall im Minus landen, es sei denn, wir werden nochmal richtig geil finanziellen Gewinn einfahren, ich hoffe, dass das bei dem einen oder anderen Turnier noch passieren wird. Trainingspläne oder eher Trainingsberichte der Wochen 22 haben wir hier bekommen, also hier sehen wir wieder geht es Schlag auf Schlag weiter, vor allem Anja Willgruber hat hier richtig reingehauen, bei Rudi Mollecker hat sich es danach ein bisschen in Grenzen gehalten, weil er ja ein Turnier gespielt hat, dazu kommen wir gleich, die Darmstadt Open wollten Anja Willgruber verpflichten, aber das ist Kalenderwoche 26 und da haben wir natürlich abgelehnt, weil wir hoffen, dass Anja Willgruber in der Quali teilnehmen darf für die Turniere in Wimbledon. Wirklicher Teambericht ist die neueste E-Mail, die wir bekommen haben, jetzt hier im Juni, auch hier alles im grünen Bereich, Anja Willgruber ein bisschen müde, die haben wir ein bisschen härter herangenommen im Training, macht gar nichts, bei Rudi Mollecker sehen wir in Bestform kein Wunder, denn der spielt aktuell ein Turnier und genau da möchte ich jetzt darauf zu sprechen kommen, denn unser Herr ist da bis ins Finale gekommen, Kalenderwoche 23 in Karlsruhe, es ist ein kleines Turnier, es gibt nur 3200 Euro und wir sehen schon, Rudi Mollecker ist an Nummer 1 gesetzt und ist da seiner Favoritenrolle bisher gerecht geworden, zuerst mal ein Freilos bekommen, dann hat er Schirnhoff mit einer Wildcard 6364 nach Hause geschickt, dann hat er den Spanier Lobato mit 6460 nach Hause geschickt, jetzt hat er das Halbfinale gerade gewonnen gegen den Tschechen Leheka 6364 und jetzt steht er im Finale gegen den an sieben gesetzten Spanier Boluda Purkis, der die Nummer 533 der Welt ist, ich würde sagen, wir spielen das nicht, wir simulieren das einfach durch, lassen das unsere Trainer machen, dafür sind sie da und ich hoffe doch, dass wir hier zu Hause im heimischen Deutschland ein Turnier gewinnen können. Möchten sie im Match teilnehmen? Nein, ich möchte nicht im Match teilnehmen, ich möchte, dass das übernommen wird und ich hoffe doch, dass das zum Turnier sich reicht. Molliker Ergebnis in Karlsruhe, Titel, jawohl, 800 Euro hat er verdient, naja, also er hat mehr verdient, wir kriegen ja nur ein Viertel davon, Interviewanfrage lehnen wir jetzt mal ab, aber schön, wirklich schön, ich würde gerne das Ergebnis sehen, da muss ich wahrscheinlich jetzt wieder dorthin navigieren, wie er es denn gewonnen hat, das Finale, ob er ohne Satzverlust durch das Turnier marschiert ist zum Titel, schauen wir uns doch gleich mal an, 6061, also das war kein spannendes Turnier, wir haben ja alle wegrasiert, das ist schon, das ist schon mal geil, dass man auch mal wieder ein Turnier gewinnt, finde ich, kann man mal machen, das war jetzt eher ein Turnier, um sich ein bisschen aufzubauen, um mal wieder ein paar Pünktchen zu holen, schauen wir doch gleich mal, ob das hier schon auftaucht, wahrscheinlich müssen wir da erst einmal weiter klicken, ich weiß auch gar nicht, wo es aufgelistet wird, ja eher weiter unten, Karlsruhe, müsste es ja sein, hier haben wir es, ATP Rookie 20, genau, Karlsruhe, Sieger, Punkte 20, 20 Punkte haben wir bekommen, immerhin, das sind Punkte, das ist ein bisschen Geld, so, Trainingsbericht läuft gut, bei der Balance wird sie gleich einen Punkt zunehmen, hier schauen wir uns jetzt mal an, den Bericht über den Zeitraum der Sandsaison, da haben wir überall rot, überall verloren, außer beim Geld haben wir ein bisschen mehr eingenommen, ja ist nicht so schlimm, wir haben 15 Ranglistenpunkte verloren, wir haben viel, viel weniger Turniere gespielt, ihr merkt das ja, wir rushen jetzt richtig durch die Wochen durch, wir haben den Fokus schon eher darauf gelegt, dass wir große Turniere spielen, die schwer sind, wo wir eher rausfliegen als weiterkommen und natürlich viel trainieren können, deswegen hier der rote Bereich, das wird bei Anja Wildgruber nicht anders sein, ein bisschen anders, sie hat immerhin, oh sie hat ja ordentlich Plätze gut gemacht, von 522 auf 378, bei ihr geht es natürlich auch schneller, wenn du weiter hinten in der Rangliste bist, kannst du dich schneller verbessern, Geldmäßig haben wir zugenommen, Siegquote ist sogar ein bisschen besser geworden, also wir können damit schon zufrieden sein und ich würde sagen, jetzt rushen wir direkt weiter, weil heute wollen wir uns natürlich auch noch ein bisschen Wimbledon geben. Wir befinden uns in KW 26 und die gute Nachricht gleich vorneweg, beide Spieler werden in der Quali zu Wimbledon teilnehmen können, das sehen wir hier, die wurde akzeptiert, also da freuen wir uns jetzt richtig drauf, 1,34 Millionen gibt es da, unglaublich, da habe ich richtig Bock drauf, ich bin gespannt, ob wir es schaffen, zum ersten Mal eine Quali-Runde bei einem Grand Slam zu überstehen, wöchentlichen Teambericht schauen wir uns an, das ist jetzt von der Kalenderwoche, weiß ich nicht, wahrscheinlich 22 oder so, müssen wir uns mal anschauen, auf jeden Fall ist da noch alles Paletti, dann geht es weiter zur nächsten E-Mail bei den Nottingham Open, da war Mollecker im Einsatz, hat er leider nur eine Runde überstanden, hat 500 Euro gebracht, naja, eher eine schwache Leistung, aber es ist halt eben auch das erste Turnier auf Rasen gewesen, dann haben wir den Trainingsbericht von Mollecker und Wildgruber, natürlich liegt der Fokus wie immer, aber jetzt natürlich umso mehr auf der Aufstiegs-, auf der Aufstiegs sag ich schon, auf der Aufschlagskraft, weil natürlich auf Rasen der Aufschlag nochmal eine Nummer wichtiger ist als auf Sand, auch hier sehen wir es, der größte Fortschritt in der Aufschlagskraft, wöchentlicher Teambericht, Mollecker haben wir kurz in Urlaub geschickt, weil der nämlich sehr, sehr müde war, wir sehen auch bei Anja Wildgruber, dass sie müde ist, das haben wir jetzt hoffentlich in den Griff gekriegt, weil wir in der KW 25 natürlich eine Nummer zurückgeschaltet haben, um die Spieler ein bisschen erholen zu lassen, Trainingsbericht deswegen deutlich weniger Prozent, wir sehen es nirgendwo haben wir die 10% Fortschritt erreicht, macht aber gar nichts, die können wir jetzt löschen, die haben wir gelesen, hier kommen noch die neuesten Wildcard-Ideen rein, die wir haben, also Wildgruber wäre nach Aschaffenburg eingeladen worden, das haben wir abgelehnt, aber natürlich nehmen wir Mollecker für die Swedish Open an, da gibt es viel Geld, da gibt es viel Punkte, da wollen wir auf jeden Fall dabei sein, in Bassstart, also ein sehr, sehr großes, bekanntes Turnier, so, wir gehen weiter, wir schauen uns aber jetzt erstmal an, gegen wen wir spielen müssen, denn ich würde sagen, bevor wir Wimbledon wirklich starten, beenden wir diese Session, auch wenn ihr euch darauf vielleicht gerade schon gefreut habt, aber das muss ein eigener Slot sein, das muss eine eigene Ausgabe sein, Wimbledon das größte, geilste Tennis-Turnier, das es gibt, sagen viele, ich finde die French Open geiler, aber muss jeder selber sagen, Wimbledon, schauen wir uns an, Wildgrube, was haben wir hier für einen Spielplan in der Quali, wir müssen uns dann nämlich entscheiden, wen wir von den beiden betreuen, die spielen nämlich beide zur gleichen Zeit am Dienstag im Mittagsrum, wir haben Wildgrube, die gegen Giuseppe spielt, das hatten wir doch schon mal, 356, 225, ist glaube ich machbar, aber wenn ich mich nicht täusche, haben wir gegen Giuseppe schon gespielt, das können wir uns dann noch genau anschauen, wie es da ausgegangen ist, ich meine, das haben wir knapp verloren, aber da haben wir eine Chance, das wäre natürlich geil, danach würde es, ja, wahrscheinlich gegen Coco Wanderwege gehen, das ist dann schon eigentlich eine Spielerin, die wir wahrscheinlich nicht schlagen können, aber die erste Runde gegen Martina die Giuseppe können wir schaffen, das ist doch schon mal eine gute Nachricht, schauen wir mal, ob auch unser Herr Rudi Mollecker ein bisschen Losglück bekommen hat, da müssen wir wieder zu Kalenderwoche 26 scrollen, bisschen ärgerlich, dass es das nicht automatisch einfach immer die aktuelle Woche anzeigt, so, hier sind wir, hoffentlich haben wir auch mit ihm ein bisschen Losglück, denn mit ihm können wir wirklich weit kommen, wenn wir jetzt nicht gleich gegen die Nummer 1 oder 2 spielen müssen, wo sind wir? Oh nein, oh Gott sei Dank, okay, wir sind an 10 gesetzt, Leute, wir sind ein gesetzter Spieler, spielen gegen die 257, Evgeni Karlovski, müssen wir packen, nächste Runde gegen Tatsuma Ito oder Blaszkavcic, kennt man beide, können wir aber auch packen, dann wird es gehen im Quali-Finale gegen Kuznetsov, Luz, Jamasaki oder Yannick Maden, können wir alles packen, Leute, wir sind hier in unserem Viertel der best gesetzte Spieler, definitiv, an 10 gesetzt, Beste ist nächste an 20 gesetzt, also ganz ehrlich, mit Rudi Mollecker müssen wir es eigentlich ins Hauptfeld von Wimbledon schaffen, das muss das Ziel sein, bei Anja Wildgruber würde ich sagen, bei den Wimbledon Open, wollte ich schon sagen, bei Wimbledon, muss das Ziel sein, die erste Qualierunde zu schaffen, danach wird es wahrscheinlich gegen Coco van der Wede nicht reichen, aber Mollecker 3 Spiele gewinnen, wäre geil, mit Wildgruber 1, dann hätten wir 4 Spiele zusammen gewonnen, bei der Quali in Wimbledon, das wäre geil, darauf freue ich mich, ich hoffe ihr auch, schaltet also nächstes Mal wieder ein, wenn wir versuchen in Wimbledon unser erstes Match bei einem Grand Slam zu gewinnen, schaltet wieder ein bei Slevin Streamsport.